ja da bin ich jetzt auch wieder hier ja ich habe gerade gesehen dass hier der eine hier sich anscheinend umgelockt hat auf den da das bringt natürlich nichts hier mit stufe 30 also das ist natürlich nicht gemeint aber mit stufe 30 dann habe ich natürlich jetzt momentan immer noch die problemchen ja das hier ein bisschen schwer ist weil dann gehen auch alles um den level bereich rum sind und das bringt mir natürlich rein gar nichts wenn ich hier da jetzt mit dem spielen würde deswegen jetzt einfach mal so aber auch noch mal gucken Prozent so schritt ist ja der eine von allemal heute dem haben wir geschrieben da ist er war mir doch wieder da super ach shit moment nice ok glück gehabt so alle klar der da ne so ups stufe 30 da hat noch schein hier der da ja gut ist natürlich genau das problem ja zwei level risker na dann bin ich mal gespannt ich habe mir natürlich deswegen ein bisschen länger jetzt in der pause mal nachschub geholt weil das ist fast leer das geht ja dann gar nicht mhm so tso oder ähnliches ja zu spät bis ich das jetzt auch noch gestartet habe ich will nicht war weg ne klopp oh ja schon besser dat ist schon besser dass die die echt umgeändert haben so äh ne egal TS ne das lohnt sich dann eher mit level 3 und sowas nein äh äh so deswegen nämlich nicht ne ne das machen wir da mal anders äh jo oha wieso habe ich denn jetzt hier so ein so so ein hier ein äh kack ping ah jetzt geht es doch gut so set braum es real fiss scheiße oh katharina ja nice press l to win syra diana caitlin also gut ich würde meinen schaden ist vorhanden dafür haben wir überhaupt null tanks die haben braum na dann bin ich immer gespannt wieder mal mit stufe 30ern nächste ah ja der könig ja servus jo klar kannst du mitmachen weil hier ähm weiß nicht wie lange du schon zuguckst aber die ger die zwei stücke also ger lms der xja und dacia die zwei sind auch äh schufe 30 also von dem her macht es rein gar nichts aus wenn ihr auch noch mit der gut zu kommt ja dann bin ich halt mal wieder der low bob in der runde ja so schaut es aus so death's best friend just be wild gaiju was gaija 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 bailando äh faller langer mhm mhm faller lalala 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 oh man eh wieso muss hier ja immer einer dabei sein der einen holz pc hat ne, mein Skill Cap ist normalerweise nicht hier Level 30, aber halt ja, das nervt so ein bisschen, dass sie hier dann in dem Fall Null Schaden machen, den gegnerischen Level 30ern, weil ich hab logischerweise nur Runen, also Stufe 1 Runen, so das ist natürlich immer noch das Problem Aram ist doch langweilig ja, aber das Problem ist, Aram ist zwar so an sich schon langweilig, nur halt, das geht erstens schnell rum, zweitens dementsprechend schnell EP, dass man aufsteigt jo und man muss sich nicht groß rumstreiten, wer was nimmt, ne, weil das ist sicher festgelegt und dann ist gut ja, weil sonst geht man los, äh, ich bin mit dem, ne, ich bin mit dem äh, ne, ich bin mit dem und zack, lief, ne ah, ne, dann lieber Aram hm, hm, hm 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 äh, ja gut, da kommt's ja ganz drauf an, wie viel Runen ich dann hier schon auf Stufe 3 hab äh, jo und wie viel Runen in Seiten ich schon bis dahin hab deswegen hab ich ja gegenseit auch die EP Boosts an oder Erfahrungsboosts, beides, immer zumindest halbe Stufe 30 so, dann logischerweise nur die EP Boosts dass ich hier ratzfatz hier die ganzen Seiten, etc., Runen, blablabla, komm äh, jo und dann, klar, Ranked, ne, wie immer halt joa so, also wegen mir kann's losgehen, wenn's mal die CWR auch mal hinkriegen würde immerhin schon mal 69%, ja, also das ist natürlich schon mal ein Versch... uh jetzt aber U-Porn ausgeschalten und ab geht's na, los oh, ein Zwibelspieler bei mir im Team hohoho dat is ja, ja fast schon gut äh äh und M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m m-m-m m-m sie, wir spielen im Toaster so, ja so kann man sais, nicht aussagen Wahl okay np-m-m-m Oh, war das nice. War das nice. Richtig schön geslönt. Richtig schön auch grifft. Au, fuck. Hm. Hm, hm, hm. Ah, ich nehme mal, dass ich immer sicher sage, aber mal auf 1. Auf 1. So, genau. Hm. Nein. 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 So, ich will mal wieder Support-Caitlin. Nein. Oh shit. So ein bisschen Opas mit meinem Mana. Nein. Oh, das ist aber so was für Max Ritch. Nein. Nein 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 nein. Nein. Wie? Au. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Wie? Äh... Äh... Hä? Was? Die kommen die auf AP. Ich hab null. Hä? Was? Ist der echt AP geschrieben? Hä? 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 Hm, ich musste das nicht verstehen, ne? Äh. Hä? Oh Mann, Verwirrung. Oh Gott, das war jetzt auch nicht schlecht. Hm, 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 huu. Meiner. Das verwirrt mich jetzt, wie kommt der auf AP? Hier. Hm. Nein. Ach, come on. Das ist wieder mein Kill. Gut, ich hab's da schon ein, aber ist ja egal. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Nee. Hm. Hm, hm, hm. Wegen was schmeiß ich rein drauf. Hm, warum? Bum. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Boom. Shit. Doch, man. So, äh... Hm, hm. Äh, ja. Ja. So. 2, 1, 5. Nur überhaupt gar nicht mal so schlecht. Die, 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 die. Los, schneller. Ich könnte mich natürlich jetzt auch nach vorne katapultieren. Aber in der Boltzumelmana. Ja. Aha. Hm. 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 Fuuuuh! Hmm Ha Mann! Oh, come on, Amir. Hmm. 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 Schade. Oh, man. Hehehe Hmm. Ja, 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 ja. Oh, nein. Ach, ja. Einfach mal stehen bleiben, ne? Und warten, was passiert. Au. Ey, das ist auch nicht nett. Hm. So, scheiß Spieß für die Welt, wie hat es echt geschrieben? Ja. Oh, shit. Huh, nein. Fuck. Äh. Oh, der ist, uuuuuh. Hm. Oh, der ist, uuuuuh. Hm. Oh, Herr. Ja. So, getreu dem Motto, Katelyn. Stay for when. Hm. 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 Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh. Mike. Was ist eine schlechte Seite? Wir fallen einfach außer bei Ausnahmen Was? Aha, außer bei Ausnahmen Was ist eine schlechte Seite? Was ist eine schlechte Seite? Was ist eine schlechte Seite? Schade Nein Boah. Er. Der ist? Dunno. Ja, servus Klappstuhl. Ja klar, alles fit. Muss ja, ne? Was, Kalista kann use it? Was? Durch Kalista? Was? Hm. 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 Geht das jetzt noch? Ne, ne? Ne. Schade. Egal. Ist sie hier rum. Hä? Wie hab ich da nur einen Assist gekriegt? Ah, ne Falle bestimmt. Aha. Ne. Fail. Hm, hm, hm. 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 Hm, hm, hm. Hm. Hm, ich glaube das ist eine Absicht. Depp. Ja, nice try. Püppel. Eine Schulzeit. Soll ich ja aber die lernen und nicht gucken. Nein. Gut hieß. Mhm. Ach so, nach Hause kommst. Ah. Ja, der erklärt natürlich alles. Ne? Äh, jo. Hm. Ja, ich war ja auch schon in der Überlegung, ob ich nur 20 Minuten mache, aber 20 Minuten ist immer so, äh, die gehen so ratzfatz rum. Das ist halt dann, äh, teils bescheuert, aus Recht gerade in Minecraft, wenn du da unterwegs bist, aus Recht in der Miene zum Beispiel. Äh, da muss ich mittendrin mal so cutten oder sowas sind, das will ich eigentlich theoretisch vermeiden, weil ich will das auch nicht unbedingt nachmachen, die es zum Beispiel Kronko oder so einen Spaß macht. Äh, ja, weil von dem halt ich eh relativ nichts bis wenig, also null Kommand, nichts und so leidle. Äh, ja. Den didn't, ne, 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 ne. Hm. Loll ab wie geil hallo bis noch mehr auf mich aufbauen wenn du sie in Ordnung ist langweilig schau dir das an ah scheiße sieht man gar nicht mehr Los Minions, tut es da, der Witz ey, ey, ey press L to win, ich bin Catelyn das heißt dann press D to win äh, egal theoretisch wollte ich es eigentlich nur noch mal zu spät egal ne 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 schau dir das noch? ja, komm so, zwei Spiele, zwei gewonnen nice heute ist mal ein schöner Tag im Gegensatz zu meinem letzten Stream so, was haben wir jetzt nur hier okay 381 fehlt noch hm so, machen wir jetzt hier mal da plopp plopp, 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 plopp so ah oh, beide weg okay so, das muss ich natürlich hier mal noch fix machen ähm P-Boost gut was haben wir jetzt noch 1000 äh gut dann haust wir erstmal 4 Siege davon so und da 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 gibt es noch 10 Siege na gut dann nehmen wir halt 10 Siege alle klar so, beide Boots wieder aktiv ähm äh äh was machen wir denn jetzt ähm, 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 ähm so, machen wir hier mal so ähm, genau, dann mache ich jetzt hier mal an dieser Stelle mal eine kleine Pause und dann, wegen mir können Sie eigentlich weitergehen, ähm, ähm, ähm so genau da machen wir gleich wieder weiter und in dem fall auch hier mit den anderen kollegas das heißt damit ich ihr voll der noob also dann sag ich mal ja bis gleich